Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde LOL League of Legends ich bin's der Pat Bumukl und mit dabei ist der Zaelo wir beide sind von Ponies Last Station Let's Play und ja Zaelo was spielen wir denn jetzt warum muss ich das jetzt sagen ja spielen wir jetzt in der Runde Aram oder spielen wir eine Runde Kluft der Beschwörer ich weiß nicht was du als erstes machen willst ja sag mir jetzt einfach was du als erstes machen willst es ist mir egal nein dieser Spielmodus ist mir nicht bekannt doch äh ach verdammt Moment warte mal jetzt muss ich schon immer schauen nachdem dass ich gar gescheitert bin beim Tür zu machen nein das ist schon weißt du das ist jedes mal dieselbe Kacke wir machen die Aufnahme und du musst doch irgendwo hingehen musst du einmal aufs Klo dann musst du einmal noch mit dem Hund Gassi gehen dann musst du einmal noch nochmal aufs Klo ah immer dasselbe mit dir ich hab dir mal vorgeschlagen dass wir das komische den neuen Spielmodus da machen mit dem der Gegner pickt für uns die Chefs aber das gibt es schon wieder nicht mehr ja was soll man sagen man ist schon sehr sehr beschäftigt man muss immer aufs Klo und immer mit dem Hund Gassi gehen da hat man keine Zeit für sowas war das gerade ein Facepalm hast du gerade deinen Kopf auf den Tisch geschlagen ja yes geschafft wenn ich das im Let's Fight jetzt genauso hinbekomme dass du dich selbst umbringst dann dann bin ich gut ja es gibt nur im Minecraft keine Selbstmordaktion und Selbstmord zählen ich weil sonst hätte ich eh schon ein paar Kills na super so was spielen wir jetzt Aram oder Klo der Beschwörer du klickst jetzt einfach auf irgendwas und lässt mich dann ein mir ist das sowas von egal ich will jetzt dass du mir sagst was wir spielen los jetzt okay Moment ich brauche mal schnell Münze zum werfen da sind äh also liebe Zuschauer wenn es mal ein Problem gibt dass eine Folge nicht regelmäßig rauskommt dann liegt es einfach daran dass wir beide und sich einig sind wer die Folge hochlädt ja weil das wird dann immer so rausgeschoben wie jetzt Moment ich suche ich hab gleich ne Münze ach wie willst du ne Münze herbekommen das sind nicht mal Geld warte mal ich schmeiß jetzt einfach mit äh ne mit dem schmeiß ich lieber nicht äh Moment ja Moment ich mach's jetzt so ich geh jetzt in die Champion Auswahl ach Alter jetzt sag mir einfach was dann spielen wir Aram okay dann spielen wir auf der Beschwörer passt okay passt da machen normal freier Wahl oder Team erstellen Prozent das sage ich jetzt nicht will ich wünsche ich überstelle äh nebenbei äh ja Problem jetzt mal im letzten Mal haben wir ewig Zeiten gewartet zur Zähne einladen Zähne übrigens ursprünglich ja das müssen wir mal erklären ich glaube wir haben schon mal erklärt aber ich hatte mal normal ursprünglich war Zähne so geschrieben ja aber dadurch dass es ein Zähne war haben wir alle ist Kailo ausgesprochen und hat den Zähne so genervt dass sie sich irgendwann mit Zähne genannt hat sie Kilar ist eine Niederkrieg was spielst du was spielst du ich weiß es nicht was willst du ich will ich glaube ich war das Spiel aber das Spiel ich bin ich aber auch nur wenn du Brotbläck ist mit mir was ich nicht weiß Köln aber wir können ich wieder war es um zu Porta Komi machen das hat mir glaube ich schon drei Mal müssen aber das neue Köln so ist ein Zielspieler das war eine Elie Kari Prozent und wie soll er die Köln sie sich und ich spiele ich bin einfach ein jünger so was auch wenn die Kälte das geht Prozent und die Katharina die Kälte geht auch auch Lüxel die Kässe ja die Krönigkeit in der Kälte auch wenn wir spielse die Kölner spiel ich so porten und jetzt sagt wenn du so vor der Spiele spielen die Frage ist jetzt nur die Westphal total gerne mitgehen irgendwie somit Kerstin Peier wohl eigentlich weißt du was überwinde der Orsensee an mich nicht Prozent wenn er nicht bei er hat es nicht ich gehe jetzt einfach mit dir auf die unterlehrt und ich bin der normal Verkaufs ist er nicht jetzt mal Bortlern Kassi Pire wir haben wir von Wartemann oder sich auch aus dem Ort von Reinhardt die Hälfte sollen wir wissen dass wir es gibt dritte damit zu erheben alle meine Stimme die Leute da wir nicht mehr getötet der Hauptmann wenn die Köln ich bin jetzt so stark ist der Gnade ist das mit dem Urlaub da ist dann aber das heißt nur ein auch Timor ein wir werden die Mitgliedschaft so überschritten dass sie mit Eiz und und Krebs aus dem Spiel rausgehen auch geholfen sich die Städte ich habe ein paar Prozent Prozent und die uns gar nicht wissen was er sich nicht mehr Ja, jetzt pass mal auf, wir müssen erst mal drei Leute finden, die mit diesem dämlichen Team mitmachen hier. Also liebe Zuschauer, wenn ihr draußen seid, schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr mit uns gespielt hättet, wenn ihr in eine Teamauswahl kommt und ihr seht eine Botland mit Timo und Cassiopeia. Vor allem mit diesen Summoner Spells, ja? So, wir brauchen einmal obere Line, äh, nehmen wir jetzt einfach mal Tank. Dann mittlere Line, ist mir schon eigentlich... Nein, du bist du mittlere Line? Nee, hab ich auch nicht gesagt. Du bist aber mittlere Line eingestellt. Warte mal. Was ist das Schützchen? Ey, wie stelle ich das gerne mal um? Ich will da runter. Ich will das nicht. Ah, warte. Da geht's. Ja. Du durf. Gut. Und dann brauchen wir noch einen Dschungel, wo mir alles was es ist. So. Ich trage auf. Yeah, das wäre ja nicht super. Mal gucken, ob sie dabei bleibt. Ist das ein Talon? Warum sie? Das ist Spiegelritter. Hm. Ist das ein Talon? Ist das ein Talon? Nee, ich dachte, das ist ein Ding. Gänsel, äh, na? Weißt schon. Oh Gott. Weißt du schon, dass wir jetzt gerade keinen einzigen Dschungel im Team haben? Ja, wir brauchen einen Dschungel. Wenn wir dich von Anfang an hier voll, äh, äh, weißt schon. Äh. Ja, total AD, gell? Ja, ich will das auch sagen. Das war das, äh, ich glaube, wie hieß der Gleckung. Ah, ja, das war das Z. Äh, Rexal, DT, AP, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, der ist der AD, U, AP. Ah, wurscht, der ist cool. Ich mag den. Ich mag den wirklich, diesen Jam. Smiter 11111. Ja, Ringer ist noch besser. Nee, Ringer ist nicht besser. Ringer sind meistens nübs, aber ich sag's ja. Und los geht's. Das ging ja schneller als erwartet. So, Zeile, wir dürfen jetzt nicht verkacken, ja? Wir müssen uns konzentrieren. Jeder Giftzwelle muss sitzen. Das heißt, jeder Auto fützt quasi. Ja, bei mir ist es kein Auto. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich meine Skillshots hier nicht verkacke. Und wir beide haben schon echt lang nicht mehr gespielt, also. Oh, fuck, man sieht meinen Desktop. BEEP! Weg! Nein, BEEP! 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 Sieht jeder, dass du lauter Polos auf dem Desktop fasst? Nein, das nicht. Ah. Oh Gott, wir haben ne Elchi mit neun Skumbrum. Einen, ich seh derweil nur Darius. Und jetzt Frostfeuer Annie und Marodeur Eschi und Assassinenier. Report Margana von NoSkin. Ja, da kannst du Darius auch gleich reporten. Akali hat einen neuen Standardskin? Ja, ich glaub schon. Also, reporten wie die zwei. Das war eine Akali, ich dachte, das war ein Tarno. Ja, ich wusste, ich wusste, dass Akali ist, aber mir ist der Name nicht eingefallen. So, das heißt, wir haben auf der Bot-Lane, äh, Annie und Margana, oder, nee, Margana ist mit. Okay, okay, Annie und Eschi. Eine Doppel-A. Nee, spinnst du. Ja, Margana. Annie ist mit. Ach, shit, so geil. Entschuldige für's Scan, liebe Zuschauer. Es war ein anstrengender Tag. Entschuldige für's Rülpsen, falls man's grad gehört hat. Ich wollte's unterdrücken. Hat man nicht. Aber danke, dass du's erwähnst. Scholz. Ha! Ich darf dich schlagen. Warte, warte. Oh Gott, Hit, Hit Incoming. Drei. Oh, oh, ich wollte jetzt noch einen Countdown zählen. Äh, aber was warten wir? Ich denk, Morchel Melfeid. Wir waren auf gar keinen. Nein. Das passt ja total gut eigentlich. Ich trock unten in Atlantis und warte auf dich und du spielst dabei irgendwo im Kosmos herum und macht deine Superhelden-Timo. Die Superhelden-Timo? Ich weiß nicht, wie man's gar nicht mehr schweigen kann. Ich glaub, ich glaub ich nicht mehr, ich nenn sie nicht mehr schweigen kann. So, mit was fang ich denn an? Ich glaub mir, das wär gar nicht so schlecht. Gammeltodse mitnehmen, äh, viert. Der Watt mir бал. Fintin. Fintin. Ach gut, ich sag, der schon. Ich hätte den Ediebbaum sein. Es wär blöd. in der Eilig Moll Trinket, verdammt, ich vergesse die Trinkets immer was für ein Trinket hast du? das Gelbe, jetzt komm go so, warte mal kurz nochmal in der Mitte schon voll Action in der Mitte ist wirklich schon voll Action bam, 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 bam mehr Atemoklappen so, äh, da hat sich eh nix geändert jetzt geht die Leben wieder her doch, ich glaub da hat sich was geändert WTF, hier treiben sie schon wieder auf irgendwelche Fremdsprachen? wir werden so sterben ah, warum seh ich das nicht? was ist das? lalalalalalalalalalalalalalalal ja, jetzt können wir auch hier zum Pinz schlängeln gerade an den Turm ich markiere den so förmlich ja, walfall, walfall solange du nicht will, aus der Map-Rub-Pinz äh, P-Pinz soll ich? ne, lieber nicht die Pinz schon genug ich geh mal zum Busch Guadagli wir haben mir keine Ahnung reicht gut auf dem das auch gleich kommt doch, doch, aber was? aber was? was? du bist drin du bist drin end h 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 das ist jetzt können wir es sowieso vergessen nein allein wir schaffen das wer hat nicht gekillt Morgan Morgan macht sofort also war auch nun wirst du aber nicht alle Haube nach dem Wort die als Heimdrin die muss auf Supporter spielen ja was machst du will ja auch mal aber nichts will ja auch mal die Scheißen Timo gescheißen wenn man mit dem Porto nicht und zu den ganzen Porto das ist mir egal wird uns denn gestorben das ist schlimm genug ja ich bin die Herrscherin der sieben Erde Atlantis ist schon so alt da muss ich uns denn sterben was ist denn jetzt los ich helfe dir sicherlich nachdem ich hier unten gestorben bin Renga was ist denn warum trifft die mich? Geh weg oh Gott ich bin so squished Lattiv Lattiv ich bin nicht sterben ich habe Timo noch nie auf der Brücke gespielt warum mach ich das mal so ich geh jetzt da nicht vor ich bin halb ich brauche ein Level ab nein Hilfe Hilfe nein nein gewäckte Blinddorf was machst du? da ist ein Renga verdammt oh den hab ich nicht gewohnt ja super gemacht ich hab das im Porto nicht ah fuck ich bin genug also ein Es ist ich hab das ha 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 Morgana schafft ihr es? geht schon ihr schafft das ja yeah well played Renga ja wird nur ein Scheiß genommen aber auch warte ich zurück ist das Beste es beste wöchelte Eiseleßnahmen Solari die ist er noch so gut schreiten und weg das war's mit absorbiert schaden Halte deine Feinde nahe bei mir, aber nicht noch näher. Ich bin so squishy, 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 squishy. Das mach ich. Was kauf ich jetzt mir? 200 Gold. Heilträg. Erstmal 4 Heilträg. Das passt schon. Ich hätte ein Wort gekauft. Sieht ihr mich eigentlich auch im Busch, wenn ihr Eulen-Dings vorbeifliegt? Ja. Ja. Also wenn sie er explodiert, glaub ich, sieht's. Nee, ist er nicht. Ich weiß nicht. I don't care. I don't care. I love it. Oh Gott, ich hab dazu überhaupt nicht gehört. Warte. 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 Jetzt könntest du Lux spielen können. Jetzt könntest du voll auf LP spielen können. Ich hab keine Lux. Oh Gott, jetzt kommt gleich bestimmt wieder der Pfeil H, den ich seh schon kommen. Nein. Ich hab meinen zweiten Minion. Yeah. Ich hab meinen. Fünften. Oh Gott, ich will überhaupt nicht. Aua. Geh weg, Ed. Hast du das gehört, was mein Champ gesagt hat? Nein. Wenn du kein Handlang hast, bist du selber einer. Das tut aber eigentlich voll. Das ist voll Dieb und so. Voll Dieb und so. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie mit ihnen gelöst. Wo ist eigentlich? Ach ficken. Ich hab vergessen, ein Spell zu skillen. Mann, ich treff keine Minions. Verdammte Kacke. Ich werde gleich so drauf gehen. Mann. Habe ich den Skil denn nicht, den Schot denn nicht, der über die Minifrau. Ich hab den gleich tot. Du bist nicht gleich tot, was du hast. Ich bin gleich tot. Ich hab nur daran gerade gekeilt, nein. Mit uns grundlegendemachern Prozentherrn fach. Schocker Kacke. Ich muss mich zurückbordern. Es geht nicht anders. Tut mir echt leid. Hau ab, hau ab. Das machst du, warum machst du das? Wieso machst du das? Ich weiss es sicher. Nein, 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 nein. Man merkt, dass wir schon extrem lange nicht mehr gespielt haben. Also peinlich, peinlich. das heißt da und also willst du jetzt sagen dass du besser spielst als ich das also ich kann es einfach mal Dorons Ring weil ich so das Gewinn dass wir brauchen werden ich bin hier gerade ein Problem war hier gerade dass Morgana Eschi geschildert hat weil sonst wär die gestorben blöde Antimagic Schilligtaffen es soll ich oben Haschisch wir werden so sterben Morgana kommt hoch Boah ja lass uns die Knoten warte 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 beeil dich ok bin da hol sie dir aber ich schieß da komm her jetzt du flasht dich oder? nee ich will auch was vom Kuchen oh fuck Weltmuffin komm mein kill mein erster kill die BRW stehe das klappt nicht auf den losi ich bin gleich da wirklich ich sehe sie nicht nee n n n n n n n n n aufs holen was er etwa das ist schon gut und wegen Karten ja komm lassen mal Portland bis hin vorhanden hast du ein Wort zufällig und er hat vor der Bündnis nette Kills beginnen ich habe ein ich habe vor uns auf fünf vorhanden er hat ich habe 13 zu tun was er kommt nicht vor Ort wenn die Versailles immer besser für die Stolke die Stolke die Stolke und sie läuft ich war nicht in Rage Wolke die Stolke wenn die Stolke die Stilten kann und dass ich schön auf einen auf Medusa machen kann Nein! Ich bin nicht vor, wenn ich auch dabei bin. Morgana hat auch erschien. Boah, die macht aber schon verdammt viel Schau! Ich bin doch! Also, Zer Elo, so funktioniert das aber nicht. Das muss man schon mal sagen hier. So kann das aber nicht weitergehen. Schieb jetzt nicht auf dich. Wären wir beide draufgegangen, wären sie gestorben. Wenn du mich allein vorlesst. Ja, wenn ich dich allein vorlesse. Du bist halbes Leben und wirst dann auch nur gestand. Ja, Morgana war noch nicht da. Die ist dann jetzt zum Schluss wiedergekommen. Ich muss jetzt ein bisschen auf Rüstung hier machen. So Rylas und sowas. Und das du auch vielleicht. Ich meine, es ist jetzt nicht so cool, aber wir brauchen Rüstung, weil... Morgana macht mit dem Pfeilhagel-Dingen da bei mir fast ein Drittel vom Leben. Ja, Morgana vor allem mit dem Pfeilhagel. Ja, Fink dich, du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was ich meine. Zuschau auch nicht. Boah, ich hatte gerade einen FPS-Einbruch. Ich habe keine Wards gekauft, tut mir nicht leid. Ja, klar. Jetzt muss ich wieder warten, dass mein scheiß Gratis-Wort wieder ready ist und bei mir liegen. Jetzt. Ich habe so Angst, dass ich jetzt gekillt werde. Gut. Ich bin doch am... Na, lass dich. Über mich kommst du nicht? Oh ja, ich mach lauf mit dem Team, oder? Das ist super. Was machen? Warum pingen die da? Soll ich da jetzt hin? WUCH! Ah! Das ist eine Ashy. Das gibt es nicht. Okay. Ich will die Magic-Gesweißer. Pass auf. Blöde Kuh hier. Hier. Aber wir haben alle, die hat heilt, die hat heilt. Nicht die blöde Kuh. Nice! Ja, das hat nicht mehr gerechnet. Ah, fuck! Kann die Ränder, hopp! Kann die Ränder, hopp! Perfekt! Ja, super! Jetzt kommen wir schnell zurück. Oh, da kommt der Andy. Ich bin hier wieder, falls du es so siehst, das war schön. Das schafft sie nicht mehr. Oder? Okay, Andy, guckt den falschen Bus. Sie hat es geschafft. Er wird auch ein Definitive Raiders. Das hilft nichts. Ich hab auch gesehen. Ich hab schon zwei Kelsfläger gepackt. Ahh, 160. Quack, 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 quack. Schneller! Was macht die denn bunt? Im Tangel. Renga, Renga, Renga. Oh, Oh! Ich habe es geschafft. Ay, Shion Tibbers ist tödlich. So, ich brauche jetzt keine Worts mehr, ich habe jetzt meine Pilze. Ja, ich habe jetzt ein Wort gekauft. Ich werde gleich meine Pilze, glaube ich, brauchen für den Tower-Diff, weil der verreckt mich gerade wieder, weil du wieder so ewig beim Shoppen bist. Ich will dir mal schnell, danke. So, warte, ich bekomme den ganzen Zahntut, das ist schon mal. Haben wir? Gegen dafür. Ja, gut. Oder gegen dafür geht es nicht. Was machst du? Ich habe Angst vor diesen Blöden, echt. Nee. Sag mal. Das gilt hier aufs Match, grüß dich, oder täusche ich mich? Bis jetzt doch nicht. Boah, Medusa-Blick ist da. Ich muss jetzt die 2-Jährige einschätzen. Vorsicht, Morg auch noch. Komm her! Power-Range hier. Oh Gott, wir werden so sterben. Wer ist denn unterwegs? Ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Ich kann meine Pilze immer noch festen. Ich weiß sogar nicht, wohin. Bei ihm. Blödes Ulti. Mann, dass das doch so kacke hier ist. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Das wird echt schlimm. Ja. Ja. Fahre die alte Varus, komm, die ist zu langweilig. Wir merken. Ja komm, wir können nicht jedes Mal dasselbe spielen. Was denken die Leute von uns? Oh, die sind voll scheiße, die können nur immer dasselbe spielen. Oh Gott. Wir hätten aber zumindest mal den normalen E.T. Carry Kobo spielen können. Nein. Oh Gott. Oh Gott, Renga flieh. Renga flieh. Renga flieh. Renga flieh. Hilf ihm. Ne, hallo. Oh, na okay. Hier nicht. Jetzt darfst du mir irgendwie weglaufen. Ich muss jetzt hier mal die Vorbereitung treffen. Was seid ihr blöd blöd. Ne, das ist nicht creepy das hier. Kommt hier, bringt Renga um und dann ist es Feed in Bot. Ich glaub's auch. Morgana ist dein Busch. Ich weiß. Willst du nicht was dagegen machen? Ja, was soll ich denn dagegen machen? Reingehen. Da ist nichts im Busch. Du, es ist nichts im Busch. Ich werde mich um ein. So, ich muss kurz hier im Busch. Was war denn? Aber das war nur ne Fake-Ansage. Was war das jetzt? Neil kommt von oben. Yeah. Oh. Nein. Jetzt vielleicht bin ich nicht mehr. Der soll kommen. Ich hab mein Pit platziert. Ich platziert. Ich platziert sogar noch einen zweiten Pit da. Oh. Nein, das, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Passiv spielen. Ich mag das nicht, wenn da jeder ist. Ich mag das nicht, weil Morgana Red Buff hat. Und sie ist grad Astrein an meinen Pit freigelaufen. Jetzt ist sie eingelaufen. Geheimnissen. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Hier gefällt mir das nicht. Ja, wir bekommen Hilfe. Da spielst du ein Verlangen. Alle Flucht. Ja, sie wissen aber gleich, dass wir kommen. Dass sie kommen. Ja, sie kommen. Oh, warte. Warte auf. Ey. Das ist eh nicht. Ja. 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 Ich muss das bekommen haben. Ich glaub ich hab's jetzt. Ich glaub ich hab's. Huch! Warum? Wim nicht. Ich muss jetzt jemanden. Ich hab jetzt jemanden. Wim nicht. Den Pult sitzen dann bin ich. Erfordern Präziden nach einen Ton zu stürt. Oh Gott, hier geht's halt. Es kann nur besser werden. Es muss besser werden. Es muss besser werden. k es kann nur besser werden die Sachen die ja dann ging er mit dem mit der ich habe die Teleport kann ich jederzeit zu Mitte teleportieren haha Das war der erste Pilz. Das war der zweite Pilz. Das war der dritte Pilz. Super. Nice. Danke, dass ich mich jetzt use. Und die ganzen Dinger krieg. Warte mal, warte mal. Ja, ich seh's. Sie toucht natürlich nicht durch mein Pace, das war so klar. Ja, hört mal mit Ihrem wilden Gepinge auf. Ich verstehe hier nur Bannhof. Und jetzt von da kommt. Oh, ja, ja. Organa, das gilt glaube ich Magic Resist. Wie ich das gerade seh. Rauf, mit. Machen wir mit Tower. Unser Tower verreckt zwar in der Zwischenzeit aber okay. Ja, da müssen wir jetzt aber auch was machen. Mann. Die kommen uns entgegen. Pass auf. Ey, Renga, ich hab kein Fläche. Ich kann mich da nicht über... Was macht der? Ja, er kann springen. Mann, adapte! Oh, oh. Auf, au. Ich bin da noch draufhiffen. Junge. Okay, jetzt nicht mehr. Komm jetzt her! Irgendwer muss man verschappen. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Irgendwer muss jedenfalls zauern sein hier. Das geht gar nicht. schweiz schweiz also das war jetzt echt unnötig oh Gott ich was denn Moment das war der falsche Bild ich wollte eigentlich eher machen ups sorry ähm was war das gerade für den Sinn irgendwas hat mich gerade verfolgt das war Fahne das ist mir echt das war das wenn ich meinen Kuh drauf machen will und dann geht sie immer aus Range genau in dem Moment wo der Kuh äh sitzen wird äh well played ich geh mal kurz mit ich bin ich bin ich bin noch so viel hab ich mich ja geschneckt wegen dem scheiß Käfer im Fluss scheiße oh 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 geh weg lass rein ich bin ich bin Mann ich wollte was kaputt machen schaffst du's defensiv ne überhaupt nicht aber okay I'm on my fucking way ja ich seh's ich geh weg hier nicht ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin ein so nicht schnell weg bevor mich da noch mehr tötet lalala ja man kommt langsam ein bisschen wieder ein langsam sehr langsam schleppend es so gut aber die Reilers haben es gebracht so wo gehen wir denn jetzt hin machen wir mit erbaut ne wir machen jetzt Dragon ja hört auch jetzt getrinkt super was macht ihr denn was geht denn jetzt los ja wir gehen da jetzt aber nicht hin oder nein hab ich nicht vor ich bleibe jetzt mal im Busch und warte und jetzt ein Pilz oh 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 warte die kommen nicht die gehen zu Dragon aber zu zweit werden wir das jetzt kaum aber der ist noch wie ein Busch verdammt was zum geiler warum ja was sollen wir zu zweit machen verdammt ihr könnt pingen was ihr wollt sind die jetzt weg was ist mit da ist so ein scheiß Dings wart kacke ok lass uns lass uns mitlein gehen äh Annie hast du dein Ulti ja es gibt aber Achtung ich hab einen Minion mit pass auf da war ne Moana sehr schön ne Eshi kommt bestimmt bald von hinten ich steh auf dem Organa von hinten äh was Nein! Ich pult jetzt her, mal an den Dusch! Wo kommt die jetzt her? Komm, irgendwer dann! Wenn mal irgendwer dann hier stun, dann geht das schon! Ich lau jetzt hier rein, verdammt ihm wer! Der Pilz steht nicht im... Sonst! Na, dann! Nein! Lauf! Oh nein! Nein! Ja! Lauf! Nein! Du musst abhauen! Nein! Deine Pilze haben sie gestunt, sehr gut! Oh, fuck! Da kommt was! Run, you fool! Was war das jetzt? Das war ein Mildfight! Und ich hab was! Wartower! Ihr schafft das! So, ich muss shoppen! Was shopp ich denn jetzt? Zonias wär eigentlich lustig, oder? Aber ich vergesse immer Zonias zu aktivieren! Nehmen wir einfach die hier! Ich will nicht stören! Ich will nicht stören! Ich will nicht stören! Ich geh jetzt einfach mal mit rein! Badgame von mir! Komm Renga! Scheiße nicht so ins Hemd! 33 zu 33! Ich hab hier ein Badgame! Achtmal gestorben! Ich mein, boah! Das ist scheiße! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Nehmen wir so mit! Was machst du? Ich geh grad nicht hin! Boah, was machst du? Ich kann doch nicht allein rein! Ja, jetzt bin ich tot! Super! Genau deswegen bin ich nicht rein! Ja, aber du bist doch rein! Jaaa! Timo Weinstay! Haha! Haha! Oh, no! It's about Timo's! Nein! I don't save you anymore! Okay. Ichin sie und die Luca live mit mir? Genau deshalb taubend nicht! Nein, aber das ist im dialer ágt... Dann hat eininess! ...G совνο Rcken! 若, wieso war ich auch wer das바UND hat. Und als rausk Creed Los! Nose tutto drücken! O press mal vor, Ho Poly bogos! Ah,ual! er die Kummernummer rufen sie jetzt an und da drücken sie die Enter und schreiben sie einen Kack rein das ist die Telefonnummer äh so jetzt geht's auf jeden Fall ganz in dem Fluss da mal ein bisschen mehr Buschen mehr Buschen das ist mir Moment Pilze mehr ich bitte sogar noch mehr Lass uns jetzt kacken lassen sie cool mal die Botlane so kacken und dann wir könnten auch mit Lange gehen und denen helfen im Teamverleid sind wir besser und Akali wird glaube ich bald wieder sterben wenn ich sie nicht helfe ok sie wird nicht sterben aber sie wird sterben, muss man dann auch wo bist du? hast du sie? ja ich hab sie mehr oder weniger komm jetzt zurück du ich zieh da 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 Achtung ich bin fettig ich bin fettig äh ich fühl mich hier überhaupt nicht safe ja ich auch kommst du Lalalalalala Achtung Achtung Entschuldigung mit vorsichtigen Abständen ganz vorsichtig ganz vorsichtig oh ja oh ja tote kleine Annie ja irgendwer müsste jetzt mal wir haben da kein Standard dabei kann jetzt mehrfalt bis Towerdive kommen so wir holen uns jetzt hier schnell das da ja irgendwer muss da rein ich geh da nicht rein ich bin Squishy rota ich bin nicht Squishy ich bin im Reign ja dann geh halt ich rein mein Gott ja muss ich hier wieder alles nachdenken weil die Annie meine ganzen Pilze zerstört hat ja hallo das ist ihr Job Sperrensuche und Pilze zerstören ey ich will auch noch mithelfen Captain Timo ja ich hab ihn und ich hab jetzt den Drachen jetzt wir haben alle den Drachen ach so du gehst hier ja ich hab ihn ich hab ihn gekillt ja hilf mir mal schnell das Ding hier zu killen dann haben wir Wort oh fuck bitte helfen bitte helfen bitte helfen bitte helfen ich bin oben das erste Mal dass ich hier in dem Game oben bin ja ach ja das hat schön funktioniert wir leben jetzt noch übrigens wo ist denn der hier Darius genau aber ich schaue nach dem wie viel das ist Jesus wird es nicht mehr oh fuck 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 nee die hat heilen oh fuck Kacke Kacke verdammte so Prozent das kann man nicht machen das kann man das von ja machen wir das doch schnell ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Akali you can do it Solo Solo Baron yeah ich finde ich muss Bären sieht aus wie von dem früheren Herkules Film von Walt Disney Kassel dieses eine Ficht mit den mehreren Köpfen kennst du das Kunstbanause er wird das heute noch war kommt drei Gold ja als Käpt'n Timo hat man die Zeit dass man auf der Beschwererplattform einfach stehen bleibt und wartet bis man genug Geld hat das macht der Darius auch gerade denkt auch der hat das nötig steht einfach bei der gegnerischen Beschwererplattform und wartet bis er genug Geld hat damit er sich einfach alle Dinge leisten kann es war der übergroße Stab der ist wichtig und äh es waren 30 Sekunden Mister ich brauche mal am Anfang 5 Stunden zum shoppen bis man dann überhaupt mal auf die Lenk kommt hey ich war rechtzeitig da und bin dann gleich instant gestorben also beschwer dich nicht ja ja eben ich hab hier irgendwie gefällt mir das hier gar nicht mir schon achso die sind alle top deswegen ja komm lass es ich hab ne Idee du gehst einfach mal top und ich mach hier bot Moment das dauert ja super das ist jetzt ne tolle Idee weil es gibt da war ne Eschen mit der hab ich nicht gerechnet naja wie gesagt ich bin gekommen und bin sofort gestorben ja Timo du schaffst das ja ich hab das aber das dann war zu stark hey du hast Annie erledigt ja sie ist tot das zählt doch der Fakti wird es ist so geliefert egal was du machst alle so Worte Fakti Beobacht und gehört ja ich die auch Momente nicht gut und ich hab sie zu das ist mir vielleicht mit dem was was haben die haben mit dem nicht vorhanden der Wies und das andere ist alles eck aber keiner von euch müsste mal die Wortsetzung ja man kann sich auch zu Pilze teleportieren ja man kann sich auch zu Pilze teleportieren ja man kann sich auch zu Pilze teleportieren hab ich achten wir wollen ne 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 was ging ihr da schon wieder eh was soll ich jetzt dagegen machen ich bin auf der Beschwererplattform komm zu Daddy das ist mein Run Speed brauche ich da 5 Stunden hin das ist mein ne das ist mein das ist mein und das ist mein Ich hab meine Pizze. Ich bin nicht mehr allein. Das liegt vor so scheiße. Meine Sprenger dahinter, ich wollte da grad defen. Hätt nix defen. Ich weiß, was alle wollen. Lalalalalalalala. Ach, da hinten ist es ja schön. Wollte ich, äh, pilze ich hier mal alle, alle Wege in unserem Schoß. Ja, das ist perfekt, weil zu deinen Pilzen kann ich mich auch teleporten. Pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, wo du hintrittst. Vor allem, weil Kasia hat gar keine Füße. Der war so mies. Wiese Witze sind auf dem Programm ganz oben auf der Liste. So, ich hab jetzt Angst, weil da eine Morgana im Jungle war und die jetzt nicht mehr da ist. Ja, komm zu mir hoch. Renga ist hier und der grüne Käfer ist hier. Und wie wir alle wissen, grün steht für heilen. Renga ist irgendwo 50.000 mit Tempferden. Ich hab so einen... Okay, sie ist nicht da drin. Das heißt, ich wurde dafür, ne? Ich hab den Loot bekommen. Ich hab den Loot bekommen. Das ist mir sowas von egal. Wir müssen jetzt hier mal Teamfach... Ja, wir müssen schon abchecken, ob hier ne Esch hieß. Tut mir leid. Ne, die wird die Rapopz, äh, Top-Leun jetzt. Okay, wir laufen einfach Renga hinterher. Warte mal, warte mal. Morgana ist wo? Morgana ist wo? Ich seh keine Morgana. Morgana ist auf dem Weg hierher, ganz sicher. Da ist sie. Bauer. Du fucking Arschloch. Halte deine Feinde nahe bei dir. Wir müssen jetzt wirklich mal... Ja, ich wohne jetzt der Renga. Der Arsch. Ich geh jetzt. Der geht grad fort. Und das solltest du jetzt... Ha! Ich spiel mit Morgana, okay? Ich spiel mit heißt, du stirbst dann. Bis jetzt noch nicht. Renga, wir schaffen das. Wir müssen... Ich spiel einfach mit Morgana. Irgendwer muss jetzt... Weil das macht Spaß. Äh, fuck. Fuck. Oh, fuck off. Au. Was zur Hölle war das jetzt? Ja, das find ich jetzt aber nicht so toll von euch. Bin ich jetzt alleine. Warum kommst du doch nicht mit? Ja, was ist denn mit du? Ich hab mit Morgana gespielt. Thornmailbaby? Ich hab keine Ahnung. Okay. I'm gonna fucking win! Das gibt's doch nicht hier. Was soll denn die Scheiße? Warte mal, ich muss das jetzt machen. Warte mal, ich muss das jetzt machen. Warte mal, ich muss das jetzt machen. Ho, viel. Es schief. Oh, der Renga. schafft es allein okay ich geh doch noch mal nach wenga wartet doch bis ich da bin okay back 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 ach ja so ein bisschen mal in snakes hell ja genau 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 ist die jetzt immer im organ und ich weiß nicht warum wenn ich so fröhlich so sorry in hell for snakes ja das ist schon schwerwiegender fehler in der grammatik ich muss jetzt hier mal schnell meine arbeitung wir brauchen jetzt bald drinnen und so weiter ja dann geht mal runter bitte um hilfe für barren okay was jetzt ja was jetzt in mir werden ich kann mich zerreißen ich habe schlangen aber der team oder tut das schwer der selber nur eine halbe portion wenn wir wissen ob akali was macht nein wir müssen da kann ich nicht mehr wenn sie schon tut ist der glas und ein pilz eingeladen und ja 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 das ist doch wurscht im dritten geht er zurück das ist unglaublich ich schaff das ich schaff das not more 5 ich hab mich mit der schien gelegten der spiel ist ja ja ich werde dürfen ich werde mit meinem leben dürfen die ersten eigentlich wenn jetzt wir kommen nehmen dass sie sich wir schaffen das noch wir können das spiel geben er gewinnt nicht geben sondern gewinnen nicht mehr los 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 wir kommen zeitgleich das ist das 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 ist ich ja ich hab noch gar nicht viel kassiert oder irgendwie so auch wenn dieser Luz katastrophal war und wahrscheinlich auch an die Anzeige und mir lag aber naja es ist ein Spiel auch wenn man merkt dass man am Fieden ist soll man nicht unbedingt anfangen zu ragen und auch wenn ihr Leute im Team habt die am Fieden sind Leute es ist ein Spiel ihr müsst nicht gleich flamen ok es ist kein Weltuntergang also nehmt es mit Spaß versucht ein Witz das machen auch wenn ihr mal verloren habt jetzt gesteckt vielen Dank fürs Zuschauen und ja wir spielen jetzt auch eine Runde Aram oder? Hallo? Zailo? Hat er gerage quittet? Hallo? Ok ich bin alleine danke fürs Zusehen tschüss